Jetzt werden hier unten die Schüfflinge noch mal eingewiesen. Das ist Merlin, ja, der macht Verküssen. Der Große. Arben sollte eigentlich auch kommen, aber der ist abgesagt. Der hat letztens wieder mal mitgefochten. Der hat ja so lange, der ist ja so krank wie er. Und der ist bei letzter Rangliste, der war gut, ist bis zum 16, aber... Da hab ich mich gefreut. So, jetzt muss ich arbeiten. Okay. Okay, so. Und der ist ja so, ich weiß, dass ich da rauskomme. Und das ist nicht ein paar... So, jetzt ist es unsere Klaus, die muss man sagen. Wir glauben, wir brauchen die Klaus, die sind die Klaus. Ich bin mir nicht so, dass es ein Klaus ist. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.